jetzt sind Tremotier uns dahin mal ganz schnell zwei Minuten sind schon wieder verpallert so schnell kann es gehen ja ich will damit mein deutsch jetzt geht's ab zum Tratern sehen schon wieder den wunderbaren Latenbalken so Tratern ja wie heißt denn der Tempel ist das der ja da teleportieren wir uns mal hin ich brauche nichts zu speichern so der Pürfuchstempel so herzlich willkommen so und gehen wir mal ach da so Fledermaus habe ich schon mal aktiviert das ist auch ein bisschen stärker gefiel ich einfach ne aber ich kriege mehr APs ach jo so schau mal hier hey hey tanks irgendwie nett naja so da gehen wir auch noch ein bisschen killen hier so hier steht auch wieder ein rum so du greifst den an ich greif den an so ich greif den an hier und dann steigen die FPS schon dann geht das schon so das gleiche Spiel ich greif den an ich greif den an dann mache da das gleiche Spiel hier hier mhm 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 So, ich greif den Ork ja an. So. Auch so ein starker Ork ist gleich Geschichte. Greif es den Ork an. Ich greif mal den an. Was ist das da drüben? Irgendwas hat er aber auch gefallen lassen. Naja. So. Jetzt geht es ja auch mal rein auf die Schnauze. Greif es mal hier den Dicken an. Ich greif mal den an. Na, du schaffst das schon. Okay, schnell weg geh ich nach hier. Mit Dauer. Unfall. So, da wollen wir mal gucken, wie kräft es den an. So, und hier sind schon wieder keine Gegner wieder hier. Aber es ist aber auch gerade. Deswegen manchmal warten. Ich will den Raum erstmal hier besetzen. So, greif es das an. FP umsonst. So, ich greif es den Ork an. Ich greif den an. Fehler, das hat schon 50%. So, ich will mal hier dieses Ding haben. So, ich will mal hier dieses Ding haben. Da sind schon wieder die ersten Orks. Ja, es geht ja jetzt schnell. So, ich greif es den an. Ich greif es den an. Oh, jetzt kommt es langsam. Das langsam kritisch wird. Die Orks halten ein bisschen mehr aus. Habe ich irgendwie das Gefühl. So, ich greif es den an. Ich greif es den an. Ich greif es den an. So, fünf Schadenpunkte gibt der mir ab hier. So, ich greif es den an. Ich greif es den an. Okay. Gleich bin ich Level ab und dann bin ich Level 20. So, Level 20, also, gut. Ja, jetzt haben wir hier eine richtig starke Waffe. Leuchtet richtig, ne? Und dann haben wir hier das Doppelschwert. Das mache ich mir noch Schaden. Jetzt fallen die Monster noch mehr schnell herum. Ja. Ist doch wunderbar. So, ein Punkt. Mal gucken, ob die 30 kommen. So. Schön, wenn er mir als hilft. So. Der schon mal 25. Ich greif mal den unten an. So, ein Ork will auch mal einer auf die Fresse. So, ich greif den und den an. Dann schauen wir da 30 Prozent drin. Wie weit geht das? So, holen wir den hier rüber. Dann holen wir den mal. So, ich bleib jetzt mal hier stehen. Guck mal zu. Das zieht mich rein hier ab. Oh, viel. Viel zu viel zieht er ab. So, das ist Geschichte. So. So, viel. Auch. Sind jetzt schon wieder runtergekommen. Stattelular.